Nicht mit uns ist ein wiederbelebtes Verbrauchermagazin von RTL, was schon in der allerersten Folge floppte und in der zweiten Folge wohl auch floppte. Deswegen hat man die dritte Folge, die man wohl auch produziert hat, nun am Wochenende 16.45 Uhr ausgestrahlt. Titel dieser Folge ist die große Möbelabzocke. Hier will dieses Verbrauchermagazin angeblich aufdecken oder dem Verbraucher zeigen, wie er wirklich sparen kann. Und wo die Möbelhäuser lügen und betrügen und uns abzocken. Die einzige wirkliche Abzocklüge, die man uns präsentieren kann, ist die sogenannte Rabattlüge bzw. Scheinrabatte. Das Wort fällt da oft. Also wenn es im Prospekt drin steht, 1000 Euro durchgestrichen und dann kostet es bloß 500 Euro. Das ist dann die angeblich durchtriebene Abzockmethode, mit der die Möbelhäuser ihr Geld machen. Ist ja jetzt nicht so, dass man das auch genauso im Supermarkt macht oder beim Elektrohändler oder im Otto-Katalog steht sowas natürlich auch nicht. Also wir sehen also, da hat man ganz massiv recherchiert. Man ist richtig tief in die Materie eingedrungen und hat sich richtig, richtig tief reingekniet in die Scheiße. Aber gut, dass das RTL aufgedeckt hat. Ich meine, ist uns ja allen nicht bekannt, dass das so ist. Das ist ganz neu. Von daher, super RTL. Also jetzt nicht der Sender, sondern das hat RTL super gemacht. Als nächstes kommt man dann mit dem neumodernen Schwachsinn des sogenannten Pimp My Küche. Dass man also die alte Küche schlichtweg auseinanderbaut, neu streicht oder mit irgendwelchen Folien beklebt, irgendwelche neue Griffe dran macht und so weiter und so fort, damit es neu aussieht, obwohl es eigentlich die alte Küche ist. Warum? Weil es wichtig ist, also heutzutage muss die Küche ja auch zur Handtasche, zu den Schuhen, Hose, das muss ja quasi praktisch mit dem Outfit, das man gerade hat, stimmig sein. Sodass man eigentlich jede Woche die Küche umstylen kann. Aber ich sag, eigentlich eine schöne Sache. Also gerade für so Leute, die so strunzdumm sind, mit sich selber nichts anfangen können und deswegen sich mit so einem sinnfreien Schwachsinn wie Mode beschäftigen müssen, jetzt können sie sich endlich mal mit ihrer Küche beschäftigen. Okay, sie können nicht kochen und haben das noch nie benutzt. Ich meine, das ist ja für die ein Brief mit sieben Siegeln. Aber sie können sie jetzt jede Woche neu dekorieren, damit sie auch ja zum neuen schicken, trendisch-modischen Outfit passt. Schade, dass uns das ach so tolle RTL-Verbrauchermagazin nicht mit uns leider nicht darüber aufklärt, dass das letztendlich sinnfreie Umweltzerstörung ist und am Ende verdient die Küchen- bzw. Möbelindustrie an sowas wesentlich mehr, weil es zu teurerem Geld, sag ich jetzt mal, weniger verkauft und dadurch viel mehr Gewinn hat. Schon ein komisches Verbrauchermagazin, was einen eigentlich die ganze Zeit nur versucht, zum Kaufen zu animieren. Mit der Vorstellung, wenn man besonders viel Geld ausgibt, bespart man besonders viel. Fragwürdig. Gut finde ich auch, dass man die Leute erwähnt hat, die dann diese Möbel herstellen für einen Hungerlohn, von dem man nicht leben kann in Osteuropa, aus illegal geschlagenem Holz. Das finde ich echt gut. Aber Hauptsache, man regt sich darüber auf, dass das Echtledersofa nicht zu 100% aus Echtleder besteht. Dass es aber auf der anderen Seite von diesem Verbrauchermagazin total fake ist, da irgendwelche Küchen als unbrauchbar veraltet, verschlissen und hinzustellen, damit man unbedingt dieses Ding neu kaufen muss oder umbauen muss und dann viel Geld ausgeben soll. Fragwürdig. Aber am geilsten fand ich wieder diese eine kurzhaarige Moderatorin da, schön mit Lederjacke an, da an der fertig zusammengebauten und eingerichteten Küche dann so mit so einem Lappen da rumwischt und so tut, als hätte sie die ganze Zeit in ihrer Lederjacke gekleidet, geholfen, die Küche damit aufzubauen und einzurichten. Also wer soll bitte das glauben? Also da hätte vielleicht der Regisseur von dem ganzen Schwachsinn ein bisschen mehr nachdenken sollen oder die Moderatorin hätte vielleicht auch ihr Gehirn benutzen sollen. Aber okay, das kann man von Mitarbeitern von RTL nicht erwarten, weil es ist ja eigentlich ein Einstellkriterium, dass man die Hauptschule nicht geschafft hat beziehungsweise man muss auf andere Weise nachweisen, dass man strunzdumm ist. Der Witz am Ende bei der ganzen Sache war, ja, man hatte ja die neu gekaufte Küche und die gepimpte Küche gegeneinander antreten lassen und viel gespart hat man eigentlich nicht. Man hat eine alte Küche aus altem Kram unnütz bunt gemacht, die Elektrogeräte ausgetauscht gegen Elektrogeräte, die in der anderen auch drin sind, ohne sich zu fragen, hey, gibt es da vielleicht nicht günstigere Elektrogeräte, die fast genauso gut sind, dafür aber nur die Hälfte kosten und dadurch eigentlich effizienter und sinnvoller sind oder vielleicht sind sogar die billigeren effizienter, halten vielleicht sogar länger als zwei Jahre und so weiter und so fort. Also mit einem echten Verbrauchermagazin hat das Ganze nicht wirklich was zu tun. Es ist einfach schwachsinnige, saudämliche Unterhaltung, die letztendlich hauptsächlich darauf abzielt, die Leute zum Kaufen zu animieren. In der schwachsinnigen Vorstellung, sie wüssten jetzt Bescheid, wie die kriminelle Küchenindustrie arbeitet und kann ihnen jetzt ein Schnäppchen schlagen, weil man ihnen Tausende von Euro in den Hals wirft und dabei 10 oder 20 Prozent spart. Tja, liebes RTL, kurze Frage an dich, falls du hier zuhörst oder die Leute, die für dieses TV-Verbrechen verantwortlich sind. Überlegt mal, vielleicht sind die Leute gar nicht so saudämlich, wie ihr denkt, dass sie ihnen so eine saudämliche Scheiße vorführen können. Vielleicht schalten die deswegen nicht ein, weil es auch saudämlich ist. Beziehungsweise es weiß jeder, dass das so ist. Dies ist nichts Neues. In diesem Sinne, liebes RTL, wie wär's denn mal mit echtem Journalismus, echter Recherze, echter Reportage, einem wirklichen Verbrauchermagazin, was wirklich versucht, die Wahrheit zu sagen, soweit sie herausfindbar ist. Das wäre doch echt nicht schlecht, oder? Aber das wäre dann wahrscheinlich zu teuer, also macht man diesen miesen, billigen TV-Müll, der wahrscheinlich nicht viel teurer ist als irgendein Beitrag bei Exklusiv Weekend. Oder exklusiv, exklusiv. Naja, dieser Mister jedenfalls. Bis zum nächsten Mal, RTL.